Hallo zusammen, hier ist wieder Deutsche Lounge und ich bin wieder für euch in Shetland unterwegs und freue mich heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute möchte ich mal wieder ein paar Partys in Kisten öffnen und dazu bin ich mal wieder auf meinem Magier und hoffe, dass wir heute die letzten paar Kisten in denen Glück haben und dementsprechend die zwei Sachen rauskriegen, die mir fehlen. Mir fehlen einmal noch die Hände und einmal noch die Beine und ja, 20 Kisten haben wir wieder einmal im Säckchen. Ich würde sagen, die machen wir einmal auf und schauen, ob wir Glück haben. Als allererstes fangen wir hier unten mal an. Haben wir ein Trinket drin, das brauche ich schon mal nicht. Dann einen Stab, den brauchen wir auch nicht. Nochmal ein Trinket, okay, bis jetzt sieht es eher schlecht aus. Den Gürtel, den habe ich auch schon. Nochmal ein Stab, ja die Waffen sind relativ oft drin, das zieht sich hier so durch bei den Opening Videos. Ein Trinket, die Brust, oh komm, gib mir einen Teil zumindest. Nochmal ein Stab, nochmal ein Stab, ein Trinket. Oh boy, die Hälfte haben wir schon aufgemacht von den 20. Hände, ah nein, da ist die Hose drin. Okay, jetzt brauche ich nur noch die Hände. Sehr schön. Umhang, Hals, Ring, oh boy, Handgelenke, fünf Kisten haben wir noch, ein Stab. Here we go, da sind die Hände drin, na sehr schön, sehr schön. Noch ein Stab, Hals und einmal die Hosen. So, jetzt habe ich hier noch sieben mehr Kisten, die können wir jetzt einfach aufmachen, weil ich habe vom Magier alles, also das ist wurscht. Ich habe nicht so viele Overcapped, muss ich sagen. Ich dachte, ich habe über 40 Stück gefarmt gehabt, dachte ich habe mal auf den Overcapped, aber teilweise droppt das Zeug schon relativ schlecht. Gut, jetzt können wir die mal alle verkaufen. Ihr seht, ich habe von den Stäben x Dinger, also die Waffen kriegst du richtig, richtig oft. Ein paar Silber sind die Sachen ja immer wert, oder? Das gibt man 6 Gold, na gut, fürs Gold mache ich es jetzt eher nicht. Es geht eher darum, quasi das abzuschließen. Und ja, dann würde ich sagen, war es das wieder mit dem kleinen Opening Video. Ich kann euch jetzt mal zeigen, wo der Stand aktuell ist. Ich bin jetzt mit Magier auch fertig. Ich glaube, was habe ich fertig? Ich habe Druid habe ich fertig, Monk habe ich fertig, Parler habe ich, glaube ich, fertig gemacht, Magier habe ich jetzt fertig und was habe ich noch fertig? Und Priester, genau, 5 Klassen. Jetzt habe ich noch Worry, Hexer, Schamane, Schurke, Hunter, dann Demon Hunter und DK. Also, 7 Klassen, ja. Also, bald haben wir Halbzeit. Ein bisschen was von den anderen habe ich ja auch schon. Mal gucken, jetzt kann ich dann mit einer anderen Klasse weiterquesten. Und ja, mal gucken, ob wir das noch fertig kriegen, die nächsten Tage. Und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Wenn ihr wollt, könnt ihr im nächsten Opening Video gerne wieder reingucken. Euer Tela, bis dahin, ciao. Ciao.